Willkommen zurück bei Avatar! Es ist unehrenhaft, diesem Kampf zu entfliehen. Wir sind die letzten vier oder vier Folgen abhandengekommen. Das heißt, es wird von den vier Folgen, sechs Folgen nur drei Stück geben. Kann ich weiterhelfen? Je nachdem, wie gut wir... Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Offentlich sorge ich mich... Je nachdem, wie gut wir... Clan... Ich brauche den Beitrag für Clan. Renus Fisch Eintopf... Fisch Eintopf... Fisch Eintopf... Rezepte... Äh... Renus Fisch Eintopf... klammkisch fisch jetzt haben wir haben wir jetzt gekriegt wer ist feuchte mit fleisch streifen wo jetzt 40% auf schleichen in derheit allgemeine gesundheit weg ins jagdbuch markieren ich habe wenn ich habe den ast irgendwo markiert wo habe ich einen ast markierte wollte ich gar nicht markieren danke das war nicht das dass mir irgendwo angezeigt und da ist noch was da ist noch so eine lina eine pflanze die würde ich gerne holen hauptfest ist der unbesagte jäger sprich mit allium und nian da packt die leute beim schatten heilen nach wo jahren der unbesagte jäger sprich mit diese farbe lieben hast du mehr frischen nektar gesammelt für die kinglo sehr viel duftend und süß das wird ein fest mal für die schätzchen was benötigst du eigentlich gar nichts von dir ich brauche eigentlich bleib wachsam kind ja verwenden hat die armstilpen wollte ich noch tragen ja stufe fünf okay nachdem wie gut die dinger sind gefällt dass die hier ja schon wenn ich mich nicht gerade verlaufen würde wie kann ich mit keinem rein entweder lebt der baum oder das waren sehr sehr lauter magen oh mein gott sie sind drinnen irgendwo aber ich finde die nicht vielleicht nicht nach himmels da wie komme ich nach oben ist doch jungen lass uns gehen achtest du auf dich da ist die treppe ich bin auch ein idiot hier ist eine zappe da sind die beiden ich bin besorgt wenn eine der fliegenden maschinen der himmelsmenschen in der nähe deiner heimat abstürzen würde wirst du besorgen ich versichere dir du musst dir keine sorgen machen aber was wenn jemand verletzt ist sind wir die die bei einer gefahr sagen oh hoffentlich hilft jemand nein wir sind dieser jemand neyan wissen wir warum es abstürzte nein wissen wir nicht und deshalb will ich mit der sache auch nichts zu tun haben das rate ich jedem auch dir saren tu entspann dich neyan ich bringe dich nicht in gefahr ich könnte hilfe brauchen ich helfe gern aber ich will kein ärger verursachen ignoriere ihn so wie ich das fluggerät stürzte bei der weberblüte ab beim fluss starten wir da du wirst dort nichts finden aleimun zeitverschwendung saren tu misch dich nicht in dinge ein die dich nichts angehen ok wird spät ihr patrouille durch den seidenwald startet im weberlager weberblütenlager weberblütenlager ich guck grad nur wo das ist ja weder ähm die patrouille durch den seidenwald startet im weberblütenlager weberblütenlager sie überquert den feldelfluss in richtung südwesten hat den rauch über der baustelle in den koko hügeln sein seidenwald ich glaube wir laufen erst einmal nach dahin und dann nach dahin und dann nach dahin und dann teleportieren wir uns versuch doch mal ich glaube grad da oben nicht nach unten was willst du ach du bist das ist licht hallo du bist wahrscheinlich da unten ich springe jetzt einfach mal runter wenn da wollen wir ja auch xp und so ep und so kriegen darf ich mal das war doch nicht mal das glaube ich war der leichteste baum den ich jemals gefunden habe das ist echt der leichteste baum den ich je in meinem leben gefunden habe gesundheit dauerhaft gesteigert finde ich gut ähm der nächste ist da im wald gehen wir nach oben oh da haben wir noch ein ei müsste hier irgendwo auch noch eins sein 600 meter sollte ja auf dem fahr sein ich hab magenschmerzen äh katastrophe wir müssen mal gucken da ist noch ein ei oh talenlos und trocken das ist ein fisch also werde ich den fischer irgendwo im wasser finden hm äh 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 Ob ich hier vorne den Fisch finde? Also wir laufen quasi gerade drauf zu. Ah, hier sind... Der Beutepall ist voll. Okay. Das ist nicht richtig. Wir kommen auf die andere Seite. Die kommen wir raus. Nein, die haben wir nicht raus. Die kommen wir raus. Wow. Ich glaube, ich nehme die Seite. Ne, klettern. Ich glaube, die ist einfacher. Kartenfleisch. Ne, krankenfisch. Kartenfleisch. 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 Kocheigenschaften. Was bist du? Rindenfrucht. Ich mag, dass das hier so viele Früchte gibt. Mag ich wirklich. Dass die auch alle so verschieden aussehen und alles. Das ist mein Highlight. Tatsächlich mein Highlight im ganzen Spiel, dass du halt so viele verschiedene Sachen hast. Ah. Okay. Was ist hier? Oh. Ah, guck mal da. Hallo. 1G-Punkt. Dadali. So. Silent Tour geöffnet. Jetzt gehen wir mal da unten hin. Ähm. Laufen wir von da da. Ist, glaube ich, kürzer, wenn wir da hinlaufen. Ich war mein im verhangenen Wald vor Jahren. Ähm. Warum warst du so weit weg von dem Käfer? Herstellen. Ich habe die Nüsse herstellen, um deine Waffe aufzuwerten. Schalte besser und aufgezeichnete Entwürfe frei, um mächtige Objekte herzustellen. Erhalte neue Entwürfe zum Kunsthandwerk und dadurch das Abschließen von Quests anderer Gegenstände. Herstellen. Verwende für die beste Herstellungsergebnisse die besten Materialien. Materialien tragen verschiedene Eigenschaften und Eigenschaftswerte bei. Abhängig davon, wie gut sie gesammelt wurden. Hm. Oh, warte mal. Wir haben ein paar mehr Sachen. Wo ist denn hier unser... Da ist unsere Tasche. Okay, warte mal. Ähm. Na, zum Kochen packen wir mal. Ähm. Nee, nicht Gemeinschaftskorb. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne meinen Korb. Gemeinschaftskorb ist doof. Oh. Oh. Wie können wir da nachmachen, die machen wir jetzt nicht. Gibt's hier irgendwo... Manchmal erwarte ich fast noch, Asahi zu sehen. Hm. Ich erkenne Sie. Es sind natürlich nur Sachen, Stimmt. Aber es muss so viel lernen. Ähm. 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 Hm. Ähm. 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 Ich hier. Granatpfeil. Granatpfeil. Hilffeil. Warm kann ich? Ich kann nur den hier verbessern. Das ist eine Katastrophe. Cool. Ich hab den hier verbessert, obwohl ich den eigentlich mal... Zweimal... Einmal den Bogen. Ich frag gar nicht erst. So. Ich hab das Teil noch anvisiert. Äh. Gehen wir zu der Quest? luih? Wo ist sie denn? Feintnade. Da wo das... äh... Da-da-da. vom flugzeug ich brauche ich brauche für den was brauche ich für die dings ich weiß nicht ob ich diese mag sag jetzt nicht dass ich da oben doch aber warum das ist ein kleiner wasser ist ein kleiner wand versprung der ganzen sache ist ja guck mal hier direkt bäume wo wir gehen können ich fühle mich wirklich manchmal wie so ein flummi da ist noch so ein ein loser zustand das ist doch mal toll das bist du eigentlich und den giftigen brauchen wir noch mal ein paar mehr gerade mal ob hier noch was sie dir das an völlig zerstört und nähern wollte dass ich hier bleibe war es schon bei deiner ankunft so ich habe ein paar der himmelsmenschen erledigt nicht alle jemand war vor mir hier das fluggerät ist nicht hier wir müssen rausfinden was passiert ist vielleicht später ich frage mich ob so nicht so nicht sieht falsch aus ich wusste dass das damit gilt ich kann die fluggeräte der himmels menschen vom himmel holen die stimme die stimme die stimme die wir gehört haben gerade bei ihm ist doch auch irgendeine stimme bei harry potter oder nicht beim ersten teil erst und zweiten teil sind zwei jäger erfahren sperr erzeugt explosion tötet mehrere adi sie hatten das alles geplant sie wollen die himmels menschen aufhalten nein nicht jetzt aber was noch was fehlt mir hier wenn sie geht irgendwas verkackt so was der baum wurde getroffen schwer nicht vom fluggerät aber wovon dann nicht jetzt fluggerät teile beschädigt fast abgebrochen nein nicht jetzt da hinten lichtwart da lichtwart den habe ich aber nicht getötet und auch hier lieber aber noch mal ein panzer und fleisch ich habe eigentlich gedacht hier ist eventuell was hier scheint nichts zu sein das letzte teil ist halt das was da leuchtet da ist der baum der monge durch einen starken aufbreit zerstört das haben wir uns gerade angekommen es hat nur noch das hier aber was noch nicht jetzt eine linke rente konnte film feuer weiter geschossen wurde geht's hm 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 hmm hm 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 ach hm 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 ich weiß was mit dem hinweis zusammenhängt es ist da auf jeden fall ob hier noch irgendwas in der nähe ist das wahrscheinlich eher nicht aber nehme ich dann mal mit du bist auch noch da ich lasse mich gerade ablenken sehe ich gerade aber ich sehe da sonst nichts es ist der baum ja den baum hat sie das ist das einzige was dann leuchtet muss ich nicht irgendwie auf die also habe ich das gefühl dass der typ daran beteiligt ist die reden bringt auch nix es hat vielleicht zu tun mit nicht jetzt hat es vielleicht zu tun mit 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 was ist so dumm dass sie zu erkennen oder was wirklich zu tun dass sie zu erkennen aber was noch die fluggerät dankeschön luftangriff mit schwerem schaden teile fallen vom himmel etwas trifft den baum es war kein unfall die himmels menschen wurden abgeschossen die unterschiedlich lang meine haare sind die lockiger sind aber guckt wenn man den unterschied an was so eine mutter erst mal wenn ich bei meinen eltern mal gucken dass die meine haare mit der gerade richtet ist ja nicht was der typ da gemacht hat wirst du denn jetzt hin ich wünschte näher könnte das sehen jemand denn der was tut und nicht nur redet anscheinend wollten sie es wirklich aufhalten sie haben das fluggerät sogar verfolgt die himmels menschen werde nicht so leicht aufgeben ich muss die anderen vor ihnen warnen sprich du mit näher die restlichen trümmer müssen hier irgendwo sein man kann es riechen du hast schon mit den himmels menschen zu tun gehabt oder viel glück so irgendwo da in die richtung hier aber gucken ich war gerade sagen was ist das da oben bitte da sind sie können wir ihren baum nicht einfach in die luft springen sie greifen unsere lager an zerstören unsere maschinen es reicht ich verspiere doch nicht mein leben für einen riesigen haufen metall vertraue ich bin öfter schade und wieder wird besser gerade Was? Ah, sehr gut. Cool. Was habe ich wieder? Nee, habe ich nicht. Kann man einsammeln? Oh. Kann man wieder was zum Auspacken? Meine Frasse war das Glück. Eine neue Waffe, Bruder. Bruder. Ah, das ist okay. Verstanden. Mal hinten. Mal gucken. Was war da? Was bist du für eine Pflanze? Gift. Okay. Ich will dir was nehmen. Ich hatte das. Ja, das ist aber nicht gut. Wie weit ist denn das weg, ey? Ach, ein Baum. Das ist ein Baum gewesen. Da hinten, da oben. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen vor Angst, aber werde nicht übermütig. Ich muss gleich noch was essen. Ich muss gleich was essen. Ich muss gleich was essen. Ist auch gut so. Hat verstanden, wogegen wir kämpfen. Hast du? Ja. Ich sehe mehr als du denkst. Auch dich, Neyjan. Warte. Ich war nur auf Patrouille. Meine Route. Aber dann. Dieses furchtbare Geräusch. Mir wurde ganz übel. Ich musste mir das einfach ansehen. Leider wurde ich entdeckt und musste fliehen. Das warst du? Du hast das Fluggerät abgeschossen? Ich hatte keine Wahl. Musste mich verteidigen. Du hast gesehen, was passierte. Ich kann es nicht glauben. Nur um die Fehler zu vertuschen. Nein, so ist das alles nicht. Mein Vater spricht so stolz über mich mit Gana. Sie erwarten so viel von mir. Unsere Leute sollten nicht unter meinem Fehler leiden. Ihr wollt beide immer nur das Beste für euren Clan. Vertrau mir doch bitte mehr. Als guter Anführer muss ich meinen Leuten trauen. Für deinen Mut. In Zukunft musst du besser vorbereitet sein. Ich habe den S gekriegt. Oho! Mh, 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 mh. Ja, das ist so. Mh, 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 mh. Ja, ne, 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 ne. du siehst gut aus danke eine eine hand wäscht die andere eine hand wäscht die andere bleibt hier wo du gebraucht wirst ich glaube ich kann das in meiner haare ich bleibe bei dem was ich gemacht habe irgendwas ist hier nicht richtig glaube ich irgendwas ist nicht ganz richtig immer sport ich sehe es auch schon mal dahinten mal dahinten wir haben aber noch ein paar quests wir sehen uns in der nächsten